Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play. Gotham Knights. Mit mir im Pirates, wir machen weiter. Wir sind immer noch hier unterwegs und ja, machen jetzt neue schöne Dinge. Letztes Jahr haben wir Freeze endgültig besiegt, da habe ich auch aufnommen, leicht gestellt. Weil, deshalb wird es lang gedauert. Aber, jetzt machen wir weiter. Und heute besiegen wir uns dann einen Handlanger weiter. Weil, natürlich hat er noch Handlanger. Das war so klar, ne? Er muss noch Handlanger haben. Warte einmal. Da ist er ganz oben. Warte mal, war, war ich jetzt zu oben. Unlogisch. Das ist der Wing-Typ. Geile Beschreibung. War mal jetzt mal den anderen angebildet? Keinisel dabei gedacht, aber ich weiß es nicht. Ich hab ne, ja genau, Nightwing. Ähm, ja. Wenn sie jemand sieht, werden sie die Dateien nicht platzieren können. Ich bin dran. Betrachte es als erledigt. Mhm. Hier geht es wohl rein. Okay. Greif hier auf den Server zu, ja bleib mal entdeckt, genau. Bist du irre? Das sind alles die Doppler, die der Alarm rauskriegen. Warte mal. Äh, ja, aber... Liegt der ja auch. Äh... Das war schon mal gut. Erzähl da auch drin da hinten. Mhm. Hashtag thankyoubruce, okay? Okay. Ah, ich bin durch. Alles geschafft. Stimmt. Nice. Ah, jetzt ist es erledigt. Aber so. Okay. Und raus hier. Nice. Cool. Ja, ich mag diese Nebenaktivität. Die ist cool. Ich meine, ich finde es auch witzig, wie es immer schwerer wird, ne? So, da hat keiner gemerkt. So, das nächste ist dann wohl irgendwann... Na ja, gut, keine Ahnung. Ja, aber wir sind jetzt doch nicht alle, ne? Gleich, aber... Ne, ja, so, dann müssen wir die neue Nachtdorf starten. Aber ich muss ja, ich mag diese Idee. Die finde ich ganz witzig. Also... So gefällt mir. Nightwing ist dafür ja eh ganz gut. Ja, ja, aus so'n... Ja, wie kann man sagen, Ninja ist, ne? Also, ich finde das Spiel auch geil. Also, super. Nur, wie ich die Bossfall, was sie sich total gedacht haben. Einmal mal gibt es ja auch so was, ne? Das ist leider... Sehr viele, ja. Und jetzt ist es natürlich, wenn wir den Liegen Bossfall. Es gibt auch... Wir machen gute Spiele. Und das Spiel ist guter zu Bossfall. So, wow. Gut. Hätten die die jetzt jetzt nicht eingebaut haben, habe ich jetzt auch nicht gemerkt, wenn euch die gefällt, aber... So... Ähm, was? Achso. Wir erhalten Berichte über Straftäter im Gebiet. Die Siege, äh, okay. Ich habe vereitelt die Pläne der Gang. Okay, das sind die Freaks, sind das auch so. Sind die die zu Halle Quinn? Ah, das ist gar nicht. Okay, wir haben wir auch nicht mittlerweile. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 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 Erstmal die Halleiter ausscheiden, die leider funktionieren. Ja, mein Dreier. Ja, und damit hätten wir schon wieder zwei. Oh, hi. Oh, hä, 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 ich bin mal kurz hier raus. Nicht so schön. Na, war jetzt zu verhindern. Uh. Aua. Genau, fervert mal eine. Bem. Oh, die ja. Wollt ihr immer wehren, oder? Ja, ich hab, ja. Vorher Gegner besiegt jemand härter als ihr. Ja, mit dir muss ich mal reden. Ich muss sie ja nicht im Leben lassen. Hm. Ja. Wauw. Na du Ah, aua Na, ist doof Du Idioten da Normalerweise hätte ich nicht lange besiegt Aber Ich muss mit dem reden Ein bisschen schlagen kann ich nicht haben Er hat noch voller Energie Musst du auch, dass ich dich nicht übertreibe Und aus Äh, verhören Los, sag mir, was ich wissen muss Es gibt keine Ehre unter dir Ich pack aus Das wollte ich wissen Genau, dergut So, damit helfe ich ihn nämlich Weiter die Pläne Was sind denn die Pläne? Die Siege an den Gegner Waren, das sind die Pläne Wo geht's hier lang? Um Ah Ja 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 Und jetzt? Erreiche das Versteck Ja 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 jetzt haltet man zeigte mann weiß nicht sagt der spieler oder wie ja ja Ah, hier oben ist er auch noch, ok, jetzt hier noch, wenn ich den noch brauche. Na, ich bin kein Pfeil, aber ich habe mir das nicht mehr zu schaffen. Der hat sich ja eigentlich erledigt, äh, okay, drei von denen, äh, ne, aber, ne, drei, ne, drei hab ich schon. Um. Das ist ein Onnitz, man. das ist hier nix oder magien ich gehe einfach mal wenn ich einfach mal ganz weit weg gehe aber komischerweise den bonus angeht wie soll ich auch noch kriegen vielleicht aber nicht erreichert das gefühl ist game gerade ein bug hat mal gehen wir raus ich habe es aufgehalten mal enter und da wird noch mal auf eine reise gucken ob das hilft mein traum job versteckt kriminelle aufgegeben habe ich zu oder gut egal kann aber der noch tun müssen die aufgegebener wurde aufgegeben es egal naja egal passt schon dann habe ich dann habe ich da auch wieder aufgegeben keine Ahnung warum was ich gemacht habe ob es ein bug war oder ob er will wenn ich was gefehlt hat weil der sperrbar jetzt gesagt dann habe ich noch mal wir haben die informationen wir haben nichts die wir noch haben dann machen wir das dann haben wir die informationen die informationen mal das aber es geht dann ist das orange warum ich das orange leute sagt es mal das ist wichtig bestimmt bestimmten grund aber ohne gesicht was ist hier los fahrer das gesichtslose wunder leben proben er hat sich in lehm verwandelt clayface ok locken turm clayface ist wohl wieder in der stadt moment ist er nicht tot das bedeutet dass wir noch mehr lehm einsammeln müssen oder ok lehm proben clayface na gut dann wenn wir lehm proben ich habe heute unten zu tun gehabt ok neben proben dammeln um ein das ist mit der Partie schön dass es dir gut neben Proben um ich noch mehr aber wenn man mehr brauchstückt soll mehr leben und er zwei nur gut wie war noch fertig die okay das ist der einzige ist gut dann werden wir leben proben ich meine die presentationen teils ist schon der heiß ne kann man mal vor dem proben und hörst du mich playface danke oh ich habe nie gegen einen lehmann zergekämpft wir kämpfen äh 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 du hast dich zu wehren das ist ja nervig sehr gut 3 ja nice denn der nächste ich bin definitiv mehr davon ich finde es immer gut dass ich mal danach gucke wo das Monster ist Playface bist du's Kumpel? nicht ein nicht ein ankündigen Hi Danke Better ja kein Problem und die letzten machen wir auch noch und damit hätten wir Clayface ich brauche mehr Lehm naja immer geschehen wie es mit dem jetzt weiter geht was ist wie der bosszweiler oh god clafels kann ich mir einen anderen schenke vorstellen alles ok clafels aber clafels wieder anders als sonst naja, gut, ich kenne dich an das. Naja, wenn du meinst. Ja, dauert noch ein bisschen. Ich muss hier noch ein bisschen was anderes machen. So, aber es mache ich dann bei der nächsten Folge. Sorry, dass es so blöd gelaufen ist. Auf einmal hoffentlich gehen die anderen Dinge jetzt besser. Dann machen wir die drei Sachen. Die drei Sachen noch. Reden mit ihr noch. Und dann ist die Nacht sozusagen auch wieder rum. Und dann gucken wir mal am nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat zwar wieder Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal geht es weiter. Haut rein. Bis dann, Pirate. Tschüssi. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ja, Leute.